Google kann man auch für Übersetzungen brauchen. Du könntest jetzt nach dem Übersetzer suchen, aber du findest diesen Dienst auch hier in dieser Auflistung der Google-Funktionen. Falls er nicht auf der ersten Seite sein sollte, findest du ihn wahrscheinlich über mehr. Hier ist dieser Übersetzer. Du wählst die Ausgangssprache, in diesem Fall Deutsch, und die Zielsprache und kannst gleich einen Begriff eingeben und hier wird er dir übersetzt. Du kannst dir auch den Begriff vorlesen lassen. Du kannst ihn kopieren oder mit anderen Leuten teilen. Allenfalls bei gewissen Begriffen bekommst du noch weitere Vorschläge, vor allem dann, wenn ein Begriff mehr deutlich ist. Caterpillar oder Raupe kann man ja auch im Zusammenhang mit einem Fahrzeug verwenden. Natürlich lassen sich so auch ganze Texte übersetzen oder auch Websites kannst du hier eingeben. Ich habe jetzt einfach die Adresse eingegeben und diese Seite wird im Übersetzer aufgemacht und hier muss ich natürlich noch ändern von Englisch nach Deutsch. Und wenn ich jetzt so einen Text anschaue, es ist unklar genau das Bild, das das Ministerium spricht, aber es wird angenommen, dass es ähnlich ist wie das, das bei den Protesten gegen die Anti-Gay-Gesetze und so weiter. Du merkst, das ist aber merkwürdiges Deutsch und das ist tatsächlich so, diese Texte werden maschinell übersetzt, also mehr oder weniger Wort für Wort. Die Übersetzungen werden zwar immer besser, aber natürlich kannst du eine Übersetzung überhaupt nicht eins zu eins brauchen. Immer wenn du den Google-Übersetzer verwendest, so kann er höchstens dazu dienen, einen Anhaltspunkt zu liefern. Die Übersetzungsarbeit, die musst du nach wie vor selber machen. Deine Aufgabe ist es, hier aus diesen Schnipseln einen anständigen deutschen Satz zusammenzustellen.